Was geht ab, Leiton hier? Mit am Start, magisch, Special Guest, die anderen sind auch am Start, aber hat dich gerade beschäftigt, John bereitet seine Show vor. Deswegen greife ich mir mal den Krypto-Bitcoin-Experten, ihr wisst Bescheid. Man ist Experte ab 10.000 Stunden Zeit, die man investiert hat und die habe ich überschritten. Also es ist kein Clickbait, wenn ich dich Krypto-Experte nenne. Okay, Krypto-Experte, reagiert auf eure Kommentare, kommentiert eure Kommentare zu meinem letzten Video. Ich habe noch nicht reingeschaut, extra alles hier aufgehoben. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ich weiß gar nicht, wie das so angekommen ist. Ist doch gut angekommen. Wo ist das gut angekommen? Ja, doch nicht. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, wie man so ein Video disliken kann. Soll ich jetzt einfach durchgehen? Durchgehen, vorlesen und am Banden. Ich dachte bei Krypto irgendwas bei Pokémon GO. Alles klar. Ja, Glückter Pokémon. Shadow Pokémon. Kennst du dich? Ja. Ja. Ich werde ihn zerstören, Mann. Wer wird ihn zerstören? So. Schöner Schusskumpel. BTC erreicht einen neuen rückläufigen Preis, da die Leute ihre Gebote erhöhen, in der Hoffnung einen großen Gewinn aus dem Anstieg zu ziehen. Oh nein, das ist ein Bot-Kommentar. Echt? Ja, das ist ein Bot-Kommentar. Ein Bot-Negativ-Kommentar? Ja, ja. What the fuck? Das war nicht negativ, das war... Achso, positiv. Aber auf jeden Fall ein Bot-Kommentar. Okay. Soll ich den einfach überspringen? Ja, überspringen. Okay. Schade. Warte, warte, warte. Der klickt ein Herz. Ja, der klickt dein Herz. Der war kreativ. Okay, so. Schade. Mehrmals sagen, ihr könnt kein Video machen, wo ihr das von Anfang bis Ende einrichtet, weil jeder nur einen Account haben kann. Ist logisch. Aber wieso habt ihr denn kein perfektes Erklärvideo gemacht, wenn du deinen kleinen Bruder oder deinen Besten das eingerichtet hast? Oder bei wem anders? Wäre sicher gut geworden und besonders hilfreicher als jedes andere Video. Das ist nur, weil du so wenig Arbeit wie möglich das rausholen willst. Versteht ihr? Aber das ist nicht effektiv. Das ist auch nicht gut. Man erkennt halt direkt, dass sie ihm zeigen, hey, du musst jetzt da hinklicken, du musst jetzt da rechts genau eins zu eins, am besten mit Anmeldung und welche Probleme es geben könnte. Das ist nur Spielplanung. Das ist nicht so ein Nachklick-Ding. Na klar könnt ihr das machen, aber ihr solltet das fundamental verstehen, warum wir aktuell an Krypto und so weiter glauben. Der Unterschied ist ja, bei den zwei, meinem kleinen Bruder, ich schaue ja ab und zu dann noch drüber. Genau. Wenn ihr einfach nur dieses Video nachklickt, wer schaut dann bei euch drüber, bitte? Ich würde es nicht machen. Ja Leute, das ist auch eine Warnung. Eure aktuelle Lage, eure Cash-Reserven. Das ist wirklich nicht nur Spaß und so, da gehören auch Systeme dahinter. Ja, hört sich auf die zwei. Oh Gott, hat dir das doch so nicht ausdecken? Ich verstehe deinen Wunsch, weil man hört halt das raus, aber das ist schon wirklich, das muss, er zeigt doch seine Zahlen, sein Portfolio, was er gemacht hat in 10 Monaten. Es ist die Wahrheit Leute. Hong ist mein, Hong ist der krasseste Schüler einfach. Er hat einfach nur, ich schicke ihm halt Audios und er schreibt nur, okay, sonst nichts. Und er macht es einfach nach und dann lässt das laufen. Cash-Flow. So einfach ist es manchmal. Kriegt der ein Herz oder kriegt der kein Herz? Ja, ich finde es schade, du musst halt erst Geld lernen, aber ich weiß nicht. Ich würde ihm keine Herz geben. Wie gesagt, es ist nicht böse gemeint von uns, es ist mit dem rüberschauen. Ab und zu muss man auch kontrollieren. Ich glaube nicht, dass ihr dann das unter Kontrolle habt, dann habt ihr Geld in etwas drin, wo ihr euch nicht wohl fühlt. Also, deswegen, also ich habe es ja versucht mit dem Guggles zu erklären, wo ich die Bausteine gelegt habe, mit dem letzten Video, aber immer gesagt habe, hey, an dieser Stelle ist wichtig, dass ihr euch selber informiert. Genau. Also, so finde ich es eigentlich am besten. Ja, es ist, er zeigt sogar die Zahlen, alles. Olli, er fragt, nimm mal Iota in deinem Portfolio, mach dich mal auf YouTube über den Keulenschlauch. Alter, sorry, aber wir glauben gar nicht an Iota, wirklich gar nicht. Es ist halt ein deutsches Projekt, wo viel Geld ins Marketing gesteckt wird und wo die Leute sich einfach von den Videos und so sehr beeinflussen lassen. Und das nennt man auch Homebuyers, die kaufen, weil die dort leben und weil die ein Video gesehen haben. Aber was wirklich fundamental, ich rede wirklich von fundamental, was Iota kann, das ist katastrophal gewesen. Das Netzwerk war wieviel, sechs Wochen oder so down. Also, ich will nicht, dass mein Geld sechs Wochen irgendwo drinsteckt und wo das ganze Netzwerk einbricht und ja. Die versprechen halt auch viel, aber halten es nicht ein. Das ist halt einfach so. Lieber Olli-Kadado-Jungs. So, nächste Frage. Was für Pläne genau habt ihr, wenn am 27.04. die Rendite bei Cake sinkt? Sehr gut. Und was für ein Krypto-Portfolio benutzt du? Mach weiter so. Sehr gut, schon mal. Der klickt schon mal direkt rein. Eine sinnhafte, wirklich sinnvolle Frage. Sehr gut. Also, wir gehen aktuell davon aus, es sind ja Wahrscheinlichkeiten. Wir sagen, wir gehen alle Optionen durch und dann gehen wir die Wahrscheinlichkeiten durch. Und das Wahrscheinlichste nehmen wir dann. Dass die Renditen sinken, sind sehr unwahrscheinlich. Kann passieren, aber sind unwahrscheinlich. Letztendlich, nach den ganzen vielen Updates sind viele Updates bei DFI geplant. Also wirklich größere, mehrere Updates. Letztendlich wird etwas Besseres rauskommen als am Anfang, denke ich. Ich will da nicht zu viel versprechen und ist auch noch nicht fix. Die Abstimmungen und so weiter werden kommen. Und ja, wir machen uns da keine großen Sorgen. Der Cashflow ist immer noch massiv, weil wir hier wirklich Cashflow monatlich haben. Zufluss plus Wertsteigerung vom Zufluss. Deswegen ist es so exponentiell. Krypto-Portfolio benutzt du, meint der Tracker, oder? Das ist das Block von... Delta hieß das, glaube ich. Ah, Delta. Genau, dieses Delta. Schönen Sonntag, Aldegon, danke dir auch. Delta? Zeig mal all. Zeig mal wirklich alles. Mit dem CoinMarketCap-Portfolio. Oder machen wir das nach dem Burn? Eigentlich will ich einmal mitmachen und alles erklären. Oh mein Gott. Er zeigt euch noch. Fusions-Update. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, ein bisschen... Schreibt es in den Kommentaren. Vielleicht länger, kürzer. Oder wenn ihr Ideen habt, ja, gebt Bescheid. Wenn ihr es wirklich wollt und auf welche Art und Weise. Kranker Typ, danke. Habt ihr auch in NFT-Projekte investiert? Finde Ecomi, Omi, Token, Hammer. Ja, Hoss macht auch einige Videos dazu. Es ist halt... Ich hab da nicht so Interesse drin. Da wird es ein paar Plattformen geben, die wird es wahrscheinlich immer geben. Ein paar Projekte wurden halt echt für 79 Millionen oder 69 Millionen verkauft. Ist schon heftig für etwas Digitales, das man per Screenshot kopieren kann. Aber dann, wenn ich mir so vorstelle, in Zukunft wird es noch diese Teile geben. Wie heißt es? Diese Bilder-Projektion und so. Okay. Ich glaube, dann könnte es schon krass werden. Und einfach um Eier zu zeigen. Ich habe etwas, was du nicht hast. Ja. Aber die generieren keinen Cashflow. Nein, gar nicht. Dementsprechend für uns ist das erstmal... Non-Fungible Token. Die haben auch gar keinen Nutzen. Nehm ich mal. Utility. Und wir sind halt wirklich Long-Term-Value. Und da gibt es halt viel bessere. Für uns bessere. Natürlich, wenn du dich auskennst, rein Freaks. Alter. Gibt es auch bestimmt ein paar Freaks. Aber das sind wir nicht. Also das Einzige, was ich zum Beispiel kenne, ist dieses NBA-Ding. Ja, genau. Das geht jetzt klasse durch die Decke. Alles ausverkauft. Ja, ja. Aber es ist halt auch offiziell von NBA. Und man sieht es auch an den Sammelkarten von NBA. Die werden für 40, 50 Jahre später immer noch gesammelt. Ja. Die sind nachweislich so in der Art selten. Und die können sie nicht wieder vermehren. Man sieht halt, hey, wenn die irgendwas machen... Also wir haben da nicht investiert. Aber ein Herz kriegst du das. Ja. Letztendlich investiert man halt in die Projekte. In Engine und so. Das hat auch Hoss erwähnt und so. Die sind wirklich echt dann auch so gegangen. Aber ja. Haben wir ausgelassen. Okay. und so. Ja. Bill Erolo fragt, woher nehmt ihr immer eure Kryptonachrichten? Habt ihr da eine deutsche Seite dafür? Das ist... Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber ich schaue nicht so sehr auf die Nachrichten. Natürlich Elon Musk, Tesla Announcement ist krass. Aber es ist nicht so, hey, BTC Echo oder dort die Nachrichten. Was ist heute passiert? Darum geht es eigentlich nicht. Ich schaue mir wirklich den Wert von etwas an. Was kann etwas? Und nicht zu viel auf Nachrichten. Und nicht zu viel auf Nachrichten. Was schaust du nach? Was schaust du nach? Ja, YouTube halt. Die, die ich abonniert habe. Ja. Twitter ist auch vieles. Hat auch letztens Ivan on Tech, der war ja bei Post. Ja. Da hat er auch genau das auch gesagt. Also das meiste nimmt er auch von Twitter. Okay. Ah, Tiktok. Krypto nicht. Ja. Twitter, Mann. Ach so, Twitter. Wo hast du jetzt Tiktok gehört? Ich habe Tiktok gehört. Ich habe gesagt Ivan on Tech. Ich hasse ihn ja einfach ehrlich. Ivan on Tech habe ich gesagt. Wie viel machst du mit DeFi Chain Coin im Monat durch das Stacking? Oh, bitte. Mir ist echt schlecht, wenn ich das sehe. Sei Staking. Nicht böse gemeint, aber zu viel haben mir echt Stacking geschrieben. Wie viel machst du mit DeFi Chain Coin im Monat? Was bringt es, wenn wir darauf antworten? Ja. Das ist von der Essenz her nicht so relevant. Ja, es gibt viel wichtigere Fragen. Auf jeden Fall sehr viel. Wir sind seit Sekunde eins dabei gewesen. Oh mein Gott, er kommt einfach Sascha an. Ah, es ist Sascha? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich schwöre, aus dem Herzen kam da einfach ein Like jetzt. Einfach ein Lächeln. Wie du einfach selbst deinen Kanal zerstört hast, indem du aufgehört hast mit Poco. Siehe, Klickzahlen. Das muss leidend sein. Hä? Das ist echt ernst. Ja, die Poco sind echt. Ja, ihr seht ja, wir haben leidend. Ich kenne wirklich keinen, der in kurzer Zeit so viel erreicht hat. Das sind einfach die Zahlen, Daten, Fakten. Er ist überglücklich, denke ich. Ja, die verstehen das nicht. Die denken, es gibt kein Leben außer Pokemon Go. Warum? Nein, ich gerade. Ich leide, weil... Hier Klickzahlen. Ich leide, weil... Natürlich mehr Klickzahlen wäre schöner, aber es ist doch nicht das dann. Ja, die denken... Ja, ich weiß nicht. Leute, euch muss wirklich klar sein. Schau, ihr... Blendt es einen an. Wurde 21,000, 40,000 verdient. Voll durchhalten. Wir freuen uns natürlich auch, sind glücklich, machen Witze. Aber wir wollen euch die Message geben, was aktuell passiert. Besteht ihr? Das ist... Wir bleiben voll ruhig. Wenn dann sowas kommt mit... Was ist denn das? Oh mein Gott. Das spürt ja nicht mal. Ich war echt froh, dass ihr mich nicht gesehen habt. Aber da war ich voll, dass ich echt in die Fresse gehauen war. Ich liese ab und zu Kommentare, dann denke ich mir so... Ja, die sind halt hängen geblieben auf Fakten. Das ist echt kein Plan. Schau, obwohl die Klicks so sind, wir geben euch die Message weiter, was aktuell passiert und so. Da habe ich ein paar Leute vorbeischauen. Nee. Das war wahrscheinlich seine Besatz. Nee, aber trotzdem danke echt für deinen Kommentar. Besser als kein Kommentar. Deswegen... Ja. Aber überdenk bitte noch mal deine Position. Okay? Oh, einfach. Überdenk deine Position. Okay. Ja. Abschließend das Fazit. Das kannst du zu unserer Community sagen. Schon gut. Die das geschaut haben. Ja, das ist schon gut. Ich erwarte mir natürlich echt mehr Leute. Es geht wirklich einfach um die Funktion des Geldes. Es ist immer dasselbe, was ich sage. Von vor 8 Monaten, von vor einem Jahr. Ab und zu in den Videos habe ich auch immer wieder gesagt, hey Leute, Bitcoin und so, dies, das. Was? Oder wo wir mit Nicken waren, YouTube anfangen wollten, weißt du mal. Ja, ja. Also Leute, ich bin nicht, dass ihr das Gefühl habt, der war bei 600 Dollar auf einmal 20.000. Und jetzt damals war 4.000, 5.000 Dollar. Jetzt 58.000 Dollar, 59.000 Dollar ist schon krass. Aber siehst du, wie... Was für ein Weltbild die Leute haben. Ja. Ach, ich muss nicht schnell Geld raus tun. Leute, ihr seid zu sehr auf Geld fixiert. Weil ihr so wenig so auf Geld schaut. Wirklich ernst gemeint, nur Raid. Deswegen seht ihr nicht, wie ihr daran kommt. Wie oft ist es so? Alter, man will so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich. Aber es kommt irgendwie nicht, oder? Kennst ihr das? Nee, kenn ich nicht, Mann. Nein, so, hey Alter, ich brauche jetzt Geld. Oder? Ja, wie... Alter, den Gedanken so. Alter, wie könnte man so schnell wie möglich so einfach wie möglich viel Geld machen? Ja, ja, klar. Den Gedanken so. Ja, klar. Und immer wenn man es so macht, das Geld kommt einfach nicht. Es ist einfach, man muss Wert schaffen oder Wert erkennen, was die anderen nicht erkennen. Vor allem beim Investieren. Und dann macht man sich gar keine Sorgen und es kommt dorthin. Und es ist viel früher passiert als gedacht. Ich würde mich über mehr, bessere Fragen freuen, wie diese Liquidity Mining Frage. Was passiert dann? Welche Strategie geht man? Wie wahrscheinlich ist was? Das ist dann top. Ja. Noch einmal schlicht. Krass aus. Leider nicht genug davon. Leider auch zu viele Pogo. Ja. Ja, schade. Ja, man kann irgendwie nicht alle retten irgendwie. Das ist mir jetzt immer mehr bewusster geworden. Man muss doch nicht alle retten. Man muss doch nicht alle retten. Wir geben unser Bestes. Hauptsache wir retten Chong. Das ist unsere einzige Mission. Aber wir retten uns selber. Ja, aber echt. Wie viele Autos ich gemacht habe. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Kurz geht raus. Alter, krass Chong ist der da. Wie ihr Fragen habt, wie immer. Städte und Honig kommen Tage auf. Gute. Gute Fragen. Ja. Aber du hast nicht mehr gefallen. Tati, hast du abschließende Worte an die Seite? Ja, abschließende Worte Tati. Was könnte ich besser machen, dass ich die Message rüberbringen kann? Soll ich mir echt Uhren und so holen und dann ... Nein, ich würde dabei bleiben einfach. Ja, wir sind offen und ehrlich. Jetzt zum Beispiel diesen Pogo Typen. Den brauchst du nicht abholen. Den kannst du vergessen. Den brauchst du nicht abholen, Mann. Und die soll auch nicht mehr schreiben, Mann. Er spielt kein Pogo mehr. Fertig, Mann. Und er leidet nicht. Er leidet nicht. Er leidet nicht. Wie kann man mit 25.000 Euro im Monat passiv leiden? Und wie Bader schon vorher gesagt hat, wir wollen nicht, dass wir ... Wie hast du vorher gesagt? Die ganzen anderen, die wollen ... Die verkaufen. Ja, ja. Wir verkaufen kein Programm nichts. Wir wollen nicht verkaufen. Wir wollen nur zeigen, was wirklich möglich ist. Oder was Hon geschafft hat. Was Bader schon geschafft hat. Digga, du auch, Mann. Was du geschafft hast. Ja. Was wir alle geschafft haben. Wir wollen nur zeigen. Und ihr könnt das auch. Aber natürlich müsst ihr auch das selber wollen. Und verstehen einfach. Und um das geht es, ja. Und diese ganzen Kommentare mit Pogo und so. Bitte, lass die sein, Mann. Ja. Ja. Die sind echt traurig, Mann. Ach, Mann, Alter. Ja, Spicke spielt überhaupt noch, Mann. Die halt, Mann. Okay, bevor wir euch noch mehr zerstören.